Die High Performance Metals Division ist eine der vier Divisionen des internationalen Stahl- und Technologiekonzerns Föstalpine. Wir sind weltweit die Nummer eins bei Werkzeugstahl und führender Anbieter von Hochleistungswerkstoffen. Rund 13.400 Mitarbeiter arbeiten in acht Produktionsstätten und in rund 140 Vertriebsstandorten für unsere Division. Mit einem einzigartigen Netzwerk in über 40 Ländern garantieren wir weltweite Nähe zu unseren Kunden. Unsere zwei Business Units HPM Production und Value Added Services liefern höchste Materialqualität und beste Serviceleistungen aus einer Hand. Mit unserer Mehrmarkenstrategie setzen wir auf bekannte und starke Brands. Unser Portfolio umfasst Hochleistungswerkstoffe, Komponenten aus Spezialstählen, Pulver- und Pulvermetallurgische Werkstoffe, Nickelbasis und Titanlegierungen. Kundenspezifische Services wie Lagerhaltung, Bearbeitung, Wärme- und Oberflächenbehandlungen sowie additive Fertigungsverfahren runden unser Angebot ab. Wir betreuen sowohl Klein- und Mittelbetriebe als auch industrielle Großkunden in technologisch höchst anspruchsvollen Branchen wie der Automobilindustrie, der Luftfahrt, im Konsumgüterbereich und im Energiesektor, speziell im Öl- und Gassegment. Gemeinsam mit Universitäten und Bildungseinrichtungen arbeiten wir an der stetigen Optimierung unserer Fertigungsprozesse und an der Entwicklung neuer Produkte. Additive Fertigungsverfahren, auch 3D-Druck genannt, gehören zu unserem Leistungsportfolio. Wir verbinden als einziger Anbieter alle Kernkompetenzen. Von der Herstellung spezieller Metallpulver über die Designoptimierungen bis zur Produktion von Bauteilen. Die digitale Transformation ist ein entscheidender Teil unserer Strategie. Die Nutzung neuer Technologien wie Robotik oder künstliche Intelligenz verbessert unsere Operational Excellence, steigert den Kundennutzen sowie unsere Agilität und Flexibilität. Die Digitalisierung stärkt unsere Innovationskraft, neue Geschäftsmodelle zu etablieren. Unsere Mitarbeiter bilden, unterstützt durch die Digital Community, das Digital Competence Center und die Digital Academy, den Schlüssel für unseren erfolgreichen Wandel. Wir investieren laufend in die Steigerung unserer Produktivität und Produktqualität. So entsteht derzeit das modernste Edelstahlwerk der Welt an unserem Standort in Kapfenberg. Mit dem neuen Hightech-Schmiedeaggregat sichern wir unsere technologische Führerschaft und begleiten unter anderem die Entwicklung in den Kernmärkten Luftfahrt und Öl und Gas. Und hochentwickelte Pulverproduktionsanlagen für additive Fertigungstechnologien stärken unsere globale Innovationskraft. Wir setzen auf State-of-the-Art-Equipment und erfüllen so die hohen Ansprüche an Qualität und modernsten Technologien. Nachhaltigkeit ist Teil unserer Unternehmensphilosophie. Wir recyceln sortenreinen Schrott zur Produktion unserer Werkstoffe. Wir legen besonderen Wert auf effizienten Einsatz von Energie und Rohstoffen und leisten durch unsere Produkte einen wertvollen Beitrag zur Emissionsreduktion. Unsere Mitarbeiter sind die Basis für den Erfolg unserer High-Performance-Metals-Division. Daher investieren wir in qualitativ hochwertige und zukunftsorientierte Ausbildungen. So sorgen wir bereits heute für die Fachkräfte von morgen.